So kriegt ihr gratis was aus dem Automaten. Behaupten zumindest viele. Ich teste, ob es wirklich klappt. Ich habe die drei bekanntesten Codes mir rausgesucht und die teste ich mal aus. Beim ersten Code gab es kein Resultat. Jetzt Versuch Nummer 2. 2, 9, 0, 4. Okay, dann schauen wir mal. Auch nicht. Okay, eine Notlösung habe ich noch. Die wollte ich eigentlich nicht anwenden. Aber erstmal habe ich noch eine Idee. Wir versuchen es da. Ich habe gehört, das klappt nur bei Getränken. Und zwar R087. Und passiert was? Nee. Okay, das erste schon mal nicht. Okay, zweiter Versuch. Mit 2, 5, 4, 9. Und? Das zweite auch nicht. Und jetzt der letzte Versuch. Stern 0R0. Och komm schon. Dann kommt jetzt die Geheimwaffe. Abonniert, damit es klappt. Stern 0R. Jetzt muss es eigentlich klappen. Oh mein Gott. Und der Geheimtrick ist, einfach bezahlen.